Was weiß die Polizei über dich? Was steht in deiner Polizeiakte? Normalerweise sollte man meinen, ja, ich wurde vor Gericht nie verurteilt, deswegen habe ich eine weiße Weste und meine Polizeiakte ist natürlich leer. Aber nein. Und es ist noch viel schlimmer, als du dir vielleicht denken magst. Grundsätzlich kommt jedes Ermittlungsverfahren in die Polizeiakte. Und zwar nicht nur die Verfahren, in denen du Beschuldigter bist, sondern auch Verfahren, in denen du vielleicht nur Zeuge oder sogar Opfer bist. Und dann werden diese Ermittlungsverfahren, wenn sie eingestellt werden, nicht einfach ohne weiteres getilgt, sondern die bleiben dann drin. Und dann kommt der richtige Hammer, die sogenannten personengebundenen Hinweise. Und das sind so schöne Hinweise, die dann neben deinem Namen auftauchen, wie Betäubungsmittelkonsument, Gewalttäter, Straftäter, linksmotiviert und lauter so wunderschöne Floskeln.